Ja, et hilft ja nix. Et hilft ja nix. Oh, der hat den getroffen. Ja, ja, lass mich mal. Also wir können auch machen, dass die sich gegenseitig treffen. Das ist ganz nett. Aha. Okay, wir müssen trotzdem mal. Schwer blinzeln, alles klar. Oh, da war schon mal ganz viel viel hier. Ah, ha, ha. Sehr schön. Oh. Ein. Danke. Danke, Spiel. Danke. Nehmen wir die Hand. Aha. So, wir haben vier. Schaffen wir alles. Hallo? Na schön. So. Den haben wir schon direkt. Vielleicht machen wir gerade. Da ist der Dicke. So, wir würden würfeln, würfeln. Vier. So, kostenlose. Das Teilfluch. Bogen. Irgendwo schnell wie möglich. Ich natürlich auch. Oh, gibt's alle einsammeln. Oh, diese Steine immer. Das war erschreckend einfach. Das war erschreckend einfach, muss ich sagen. Okay. Da ist sie. Kommst du mit? Ich hab jetzt mit mehr gerechnet. Bei so einer Arena. Was ist mit hier passiert? Was ist mit hier passiert? Was ist mit hier passiert? Ja, ich kann nicht wegrennen. Ja, ja, ich bin sehr carefull. Sehr carefull bin ich. Okay. 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 Oh Ja, ich wollte ausweichen. Einmal. Jetzt wollen wir mal. Komm. Können wir hinlegen. So, das ist doch sehr gut. Oh, da oben ist auch noch einer. Können wir auch selber hinlaufen? So. Da kommt noch ein. Kübi. So, sehr gut. Ach, eine Eins. Natürlich. Ja, komm, wir heilen uns mal eben. Ich hätte den Typ da oben weggemacht, aber naja. Komm mal aus dem Heilungsding raus, bitte. Schwert. Kannst helfen. Gut. Gut. Gut, gut. 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 deine Kustalle. Seh nix. So, sehr gut. Den Boden nehmen wir. Mehr haben wir nicht. Dann komm her, du da oben. Komm noch mal ein bisschen näher. Komm ich zu dir hoch? Komm ich. Ich komm zu dir. Hi. Ich darf wieder reinrennen. Ja, dann renn runter. Runter ist auch gut. Mist. Jetzt heilt er sich oben, ne? Shit. Mehr Kustalle, bitte. Mehr Kustalle. Okay, ich würfel ja schon. Kommst du hier runter? Kommst du, kommst du, kommst du, kommst du? Nein. Scheiße. Shit. So. Nein. Es tut mir leid, ich muss mich heilen. Blinzelangriff und Schwert. Oh ja, renn weg, renn weg, das ist gut. Und nicht wieder wegrennen! Oh ja, renn weg, das ist gut. Oh ja, renn weg! Oh ja, renn weg! Okay. Ach, da kommen jetzt wieder neue. Ja, da kommen aus der Erwohnphase da raus. Oh mann, oh mann, oh mann, oh mann. Oh mann, oh mann weg! So, Schwert, Blinzelangriff, bisschen heilen und meinetwegen noch die Hand. Und mein Schwert. Ha! Ha! So. Sehr gut. Äh, ja, was ist denn überhaupt mit dir passiert? Ja, mir ist da was klar geworden. Weiß ich noch nicht. Warte. Dass Ott meine Schwester ist und mich braucht, egal ob sie gut oder böse ist. Dass es hier um mehr geht als um Ott und mich. Dass der Einfluss der Könige in unserer Welt erdrückt und ich will das beenden. Dass ich nach Hause gehe und mich mitleiden könnte. Oder ich schaue nach vorne und kämpfe für meine Überzeugung. Ja, ich glaube, dass es hier um mehr geht als um Ott und mich. Und ich glaube, du bist großartig genug zu treffen, Eben. Die König. Sie ist mehr powerful als du denkst. Und von dem ich gehört, deine Frau hat verändert. Sie wird nicht wie du erwartest. Äh, es gibt immer noch Hoffnung, Sidmar. Ich brauche keine Hilfe, um die Königin aufzuhalten. Sie ist ein für alle Mal. Äh, sie ein für alle Mal zu stoppen. Ein Typ, der, der Visionär genannt wird, hat mir diesen magischen Augapfel gegeben. Würde ich dieses seltsame magische Auge helfen? Ich habe es von einem Kartenmacher. Scheißegal, ja? Bitte sehr. Hat dich in der Tasche. Ach, ich habe da, ist sie. Ich bin nicht allein. Seymour, wenn das alles überkommt, wird es immer ein Ort für dich in einer Stadt. Ich würde, äh, ich würde das sogar lieben. Ho, 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 ho. So, Rettusima haben wir erledigt. Äh, zu einem Zwischenfaden, der alles durchschneidet, der sich ihm in den Weg stellt. Gehören immer zwei. Ätzend Spaß, dauert 30 Sekunden, okay? Gehören immer zwei. So, da sind wir hergekommen. Hier ist immer noch alles zu, können wir also nicht lang. Warte ich's mit oben rum? Da war auch, äh, Ende, ne? Ja, hier ist auch Ende, Ende. Oh, 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 oh. Ein Kärtchen. Eine Seite, wie auch immer. So, Fische können wir auch immer noch abschießen. Haben zwar alle Karten, aber was soll's. Die kann ich nicht runter. Gut, dann den langen Weg. Komm, da ist sie. Aber wartet mal, hier war doch, da war doch noch was. Ha. Wie gesagt, brauchen wir nicht mehr, aber ist nicht schlimm. Wer weiß, wer weiß, was wir damit noch machen können. Das Body, das Königliche verließ. Almost there. Almost there. Unser Erzähler. You will never break the spirit of the rebellion. Never. Unser Erzähler. Unser Erzähler. This was not what was supposed to happen. This isn't what happens next, you know. Äh, wer bist du? Und du weißt, was als nächstes passiert? Wer bist du? Ich kenn ihn ja nicht. Das ist gar nicht unser Erzähler. Oder hat die ihn... Hat die den zu unserem gemacht? Die Königin hat ihren eigenen Erzähler einsperren lassen. Die Königin hat ihren eigenen Erzähler einsperren lassen. Die Königin hat ihren eigenen Erzähler einsperren lassen. Mehr als das, sie hat nicht kontrolliert. Sie hat einen Punkt erreicht, wo sie dachte, dass ich sie kontrollieren würde. Tun das Erzähler nicht auch irgendwie? Dann erzähl mir doch mal alles über die Königin. Ich hab Zeit. Aber, wie gesagt, das ist nicht, was nächstes passiert. Suffice es zu sagen, dass, wenn sie jünger war, die Königin, dann nur eine Prinzessin. Sie war glücklich. Wir waren glücklich. Es gab so eine Promete in ihr. Eine Sparke. Ineffabel. Ja, und dann ist was schiefgelaufen. Wieso ist denn der jetzt so? Du scheinst kein sehr netter Erzähler zu sein. Und den soll ich jetzt befreien? Ist das unser, oder ist das ein anderer? Wo sind wir hergekommen? Nehmen wir mit. Pete saftig. Hey, ich habe dich nicht in Zwei-Shot gesehen. Wie bist du hierher gelandet? Habe ich dich nicht? Was passiert? Wir sagen einfach mal. Aber alle lieben Zopasaft. Du hast noch saft. Oh Mann. Wo hattest du denn den ganzen Saft her? Pockets, mostly. Cheeks, too. Built in the hidden reservoirs in me top, too. So am I wrong out of my hair? I'm a juicy boy. I'm not going to apologize for that. Anyway, that's my story. Remember me? My only regret is that I ceaselessly spilled so much Zuperjuice on authoritarian state flickers. Hmm. Hmm. Okay. Even's narrator was so close, she just had to keep looking. Okay. Some part of Even knew her narrator was close. It was a feeling that went beyond words. Ja? Nicht unser Erzähler. Der Schattenmann. Lass mich in Ruhe. Nö, ich verschwende keine Erinnerung an nutzlose Schatten. Oh. Äh, und warum hast du getan? Warum hast du das getan, du Monster? So. Ich hatte schon vermutet, dass sie etwas damit zu tun hat. Nö, unsere Interessen align. Die Königin wollte, dass ihre Kinder sich verabschiedet werden, in den Jahren und Jahrzehnten zu kommen. Und sie haben. Ich habe die Königin ihre Endlösung. Ich habe eine brillante Arbeit gemacht. Aber sie hat sogar mich gespielt, du siehst. Sie hat mir gesagt, die Menschen würden die Shadow Man vor allem. Aber sie hat nicht. Meine role war verabschiedet. Und sie hat sich darauf gegründet, zu spätten ihre eigenen Todes. Und wenn ich endlich genug hatte, wenn ich endlich begann die Wahrheit zu allen. Ja, finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Also, gut, du wirst hier drinnen vergehen, Schattenmann. Ich bemitleide dich. Du hast es nie zu etwas gebracht und das wirst du auch nie... Du bist scheiße. Du wirst nie was werden. Du wirst nicht schrecklich sein. In fact, nein. Ich schrecklich dich. Du hörst mich? Ich schrecklich dich. Ich schrecklich dich. Ich schrecklich dich. Niemand schrecklich mich. Niemand. Niemand. Äh, doch, ich. Abschluss. Ach, schön. Hand des Schattenmanns. Der Schattenmann vergiftet Ivens Waffen. Jeder Treffer vergiftet den getroffenen Gegner. Dieser Zauber hält 30 Sekunden lang. Schön. Schön, schön. Schön, schön. So, wo ist jetzt mein Erzähler? Ah, there you are, my friend. Thank you for the rescue. Now, I can get back to my job of narrating. The narrator said narratively. Who are you? I mean, weird. Yeah, it's you. There you are. I mean, weird. I know I know I know you're here. I know I know you're here. But that's something you will live here. You can't see the devil. You're like, man.